Let's go Freunde. Erste Runde. Gönn, kill, gönn, kill. Ich mach direkt den übrigen Kanten. Und da ist er. Jawohl, ich hab gecrossed. Bin hinter den Gegnern. Na, da kommt er doch direkt aus dem Spawn raus, der Gegner. Wie halt überall nichts steht einfach. Alles kaputt. Sehr übersichtlich gehalten, ja anscheinend. Na, was macht der denn? Die Häuser sind auch ganz normal. Ja, alles ganz normal. Ganz normal ist Nüksan. Sehr schön. Und Leute, kommt hoch. Sofa ist auch am Start. Nice, nice. Alles am Start, Leute. Alles, was man braucht auf Nüksan. Nooo. Aaaaah du Sau! Yo habt ihr es gesehen habt ihr es gesehen wie er das hochgeklärt ist. Ich drücke immer ÜLST auf 3 in der ich ÜLST super aktiv bin gerade. Oh der Dropshot hat mir fast ein Double Kick gesaved. Spielt das Griffband. Jetzt ist aber ganz schön defensiv hier alles. Die bewegen sich nicht oder die bewegen uns nicht. Dann puss ich mal rein. Junge wie er sich in mich rein drückt. Du kannst doch nicht mehr an den toten Winkel gehen. Das ist ja frisch. Oh die Gegner. Zwei Neffen. Die Gegner schlüpfen trotzdem hart. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Nice Nuke! Jibiii! Nuke-Town Nuke! Gönn! Kriegsmaschine einfach! Geil! Komm noch Punkt nach, gib es! Oder Doppel! Kann ich das sagen, das wird nichts machen. Die sind so am schwitzen! GG's in den Chat, Leute! Ich hab gespielt mit dem ersten Schalter, dem dritten Lauf, dem ersten Griff, dem vierten Magazin und dem zweiten Handgriff zum Dropshotten. Wenn ihr nicht Dropshottet, spielt ruhig mit dem ersten Handgriff oder mit dem zweiten Schaft, dann könnt ihr schnell schießen nach dem Sprinten, vielleicht aber auch den ersten Schaft, da muss man ein bisschen gucken. Und an der Stelle hatte ich aufgehört im Livestream mit den Aufsitzen von der MP5, da erkläre ich jetzt auch nicht alles so genau, weil das Video wird sonst so lang, genauso wie bei den Extras. Das habe ich in meinem M16-Klassen-Setup schon mal näher erklärt, wieso, weswegen man hier dann die Extras mitnimmt. Ich zeige euch nur kurz, wie ihr überhaupt sechs Extras in eure Klassen nehmen könnt. Das geht halt hier mit der letzten Wildcard. Die schaltet man bei Level 45 frei, da macht man die rein. Und dann darf man hier halt zwei Extras auswählen. Ja, Secondary hatte ich eine Gallo mit. Ich zeige euch da nur ganz kurz die Aufsätze. Die Leute, die sich die nachbauen wollen, können das dann nicht so machen. Und wichtig, Taktik Stim. Primär ein C4, vielleicht auch eine Samtex. Je nachdem. Und für die Fristung gefällt mir halt das Richtmikrofon am besten. Wenn jetzt doch Fragen aufgekommen sind zum Setup, einfach bitte in den Kommentaren nachfragen. Ich weiß nicht immer, wie genau ich drauf eingehen soll, oder ob das dann einfach zu lang ist. Einfach in den Kommentaren fragen. Ich werde demnächst auch nochmal wieder ein ausführlicheres machen. Auf jeden Fall habe ich im M16-Klassen-Setup auch schon mal viel erklärt. An der Stelle würde ich mich kurz bedanken für den Support auf die letzten Videos. Die Likes haben ja wirklich anders reingeknallt. Wirklich sehr, sehr nice Support an der Stelle. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier auch wieder ein Like auf das Video da lasst. Und wenn ihr neu auf dem Channel seid und die nächsten Videos oder auch Livestreams nicht verpassen wollt, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und dann verpasst man halt einfach den nächsten Content nicht mehr. So, ich hab Bock. Gegner sind aber glaube ich wirklich gut. Was denn? Uh, Herrschaft, Leute. Reliert. Ich weiß es nicht. Eins für Nuke. Nuke. Wunderschön. Gibt es noch einen Unerfall zum Rein. Geil, lass halt Double machen. Ich mach Double. Ey, links, links, links. Nein! Och, Mann! Das war nicht aus dem Nächster. Ne, ey, ey. Nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Ach, fuck. Wir verlieren. Hey, ich brauch noch neun Kies. Dann hab ich Double. Hans mit Schwanz. Ah, nee, Mann. Schade, Double gejogged. Zeit reicht nicht. Ich hab wieder geschnappt. Freitimmer gewesen. Alter, ich hab schon wieder Kampf nicht. Ah, komm, Runde trotzdem. Danke, Runde. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.